Okay, also, wie sieht das bei ihm aus? Der ist mehr weiß als der linke. Hintergrund schwarz genug. Leo, ich rede mit dir. Ja, ich weiß, ich checke gerade. Schwarz genug, ja. Schwarz genug, ja? Und er ist gut belichtet? Ja. Ja, mit einer Vignette oder so. Ja, genau, so um ihn herum, so eine Art Maske, ne? Ja. Das geht. Ja. Dann lasse ich die, glaube ich, mal weg. Ich bin nicht frontal eigentlich direkt angeleuchtet. Ganz frontal. Alleine. Läuft. Okay. Die Kamera läuft nicht mehr. Kamera läuft nicht mehr. Ich kann auch sonst einen Zopf noch hinten reinbinden oder so. Nein, nein, nein. Das ist schon ganz gut so. Ich mach mal auch Making of Footage. Ja. Ja, so ist gut. So ist geil. So ist gut. Ja, man. Ja, 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 natürlich. Perfekt, so ist perfekt. Okay, perfekt. Man, man sieht aus wie ein Pimmel. Ne, man. Reinstecken. Ja, was ist Pimmel? Männliche Kraft? Das ist genau darum geht's doch. Deswegen machen wir das hier. G-Man. Okay, seid ihr bereit? Wir endlich den Schatten. Kamera rollt. Sieht man alles? Ja. Kamera rollt. Hook die fünfte. Kamera rollt. Das heißt Zeichen, du bist einfach ganz, ganz ruhig. Du guckst ganz gerade in die Kamera und bewegst dich einfach nicht. Okay? Regnen. Na ja, weiter, weiter. Da ist noch was. Ja, noch mehr, noch mehr. Ja. Mehrfach hintereinander. Hand ist so hoch. Okay. Also. Licht auf ihn. Von vorn oder wieder drehen? Ja, du kannst drehen. Ja, das kommt sehr gut im Shot. Genau. Also diesen Shot behalten, ja? Im Post. Okay. Kau, du bist bereit? Voll bereit. Okay. Läuft. Kudoron. Kannst mal warten. Action. Gehen wir uns weiter zurück. Warte, bleib da. Rett weiter. Rett weiter. Je heller das Gold strahlt, desto dunkler der Schatten. Das Licht lass ich frei. Es kommt bei mir vorbei. Komm mal näher ran. Näher ran. Näher ran. Näher ran. Viel näher. Viel näher. Viel näher. Hält es quer. Ja, okay. Vergessen wir es nicht gut. Gefällt mir nicht. Du stellst dich ganz normal hin. Ich dachte, das wird gut aussehen. Pass auf, ich verschmiere dich gleich, du Bengel. Du Bengel. Du Bengel. Du Bengel. Du Bengel. So wie es sich gehört, Alter. Wie Jesus. Eigentlich ist das ein Dämütigkeitszeichen. Sehr gerne. Ja. Ach, schickt euch doch ans Kieken. Ja. Genau. Und drehen ein bisschen dabei. Ah ja. Handschuhe. Ja. Die letzte Szene in Weiß, genau. Das ist die amerikanische Einstellung. Du bleibst immer noch da. Du nimmst das Stativ. Ja, irgendwie hat sich das da ein bisschen verknotet. Ach so, genau. Das ist ja das Problem, oder? Hier bewegst du dich so gut wie gar nicht. Also du bleibst da wirklich, weil es geht da nur um dein Gesicht gerade. Ja. Da, was ich wirklich will, ist deine Mumik. Eine Gesichtsmumik, ja? Ja, wunderbar. Ich hab Spaß. Was nicht gut. Was ist nicht gut? Was ja Spaß hat. Wir müssen nicht verhauen. Spaß ist nicht erlaubt. Oder wie war das? Kommt her an. Hast du's? Ja. Fokus auf? Ja. Okay, Fokus ist set. Dann packst du nicht mit rein. Ja. Doch. Unbedingt. Schatten und Licht sind scheinbar unvereinbar. Den Schatten will ich sehen und Schmerzen werden vergehen. Je heller das Gold strahlt, desto dunkler der Schatten. Das Licht lass ich frei, es kommt bei mir weg.